Servus Ischlawina Knochen hier. Heute fahre ich die ARPAI. Ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Es ist ja kein Premium Schiff, es ist halt so ein Spezial Schiff. Bei den, na, ich schätze mal, nein, genau, Japaner. Ich bin mal vorbereitet hier. Bei den Japanern ist ja einfach nur eine Kongo Klasse, schön bemalt. Also in dem Fall ein bisschen sehr grelle Farbe, sag ich mal. Das hätte man, äh, das hätte beim Führer nicht gegeben, wollte ich gerade sagen. Das meinte ich aber so nicht. Das hätten sie natürlich im echten Leben nicht so gemacht. Also, weil, wozu soll man so eine Tarnumbermalung brauchen? Sieht natürlich witzig aus, ist, der Vorteil ist, es ist komplett fertig modifiziert. Und, äh, man hat natürlich seinen Kapitän dazu. Immer eine Frau, Frau Manga, Manga Style. Und, äh, was ist da los? Wird wohl einer an den anderen gerammt, schätze ich mal. Versehentlich. Ich finde das cool jetzt hier, wie es so, äh, rosa Farben schimmert, ja. Rosa ist natürlich nicht meine Farbe, aber immerhin interessant. Ich hoffe, es geht hier ein bisschen was. Mal gucken, wo die Reise hingeht hier. Deswegen gebe ich jetzt auch die technische Spezifikation nicht durch, weil, wie gesagt, eigentlich eine Kongo ist. Aber ich bin immer gut gefahren mit der Kongo. Also, es hat eigentlich viel Spaß gemacht. Das könnte was werden. Wenigstens mal ein Treffer. Zwei Treffer. Äh, 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 an unseren CV. Wieso geht er davon aus, dass er Deutsch spricht? Es ist immer so, bei internationalen Spielen, da muss man halt wohl, äh, eine internationale Sprache verwenden. Also, die halt die meisten sprechen und das ist dann wohl eher englisch. Ich glaub, da sind noch mal ein paar drüber drin. Da, 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 da. Einer nur. Ha, schloppen doch, deine Action ist fail. Das gibt's nicht, der Flugzeugtrigger. Oh Gott, lad nach. Da ist natürlich, äh, die falsche Munition drin. Aber, da ist noch nur Kaiser. Und ich kann's mir jetzt eigentlich nicht erlauben, mir hier 30 Sekunden Zeit zu lassen, um die Munition zu wechseln, falls, äh, der wieder in ein normales Schussreichweite ist. Was hat der Finder? Äh, ja. Da, Treffer. Auch nur ein Treffer. Das ist eine ziemlich magere Ausbeute, aber, nicht jede Runde kann natürlich supergeil laufen, mit drei, vier Kills oder so. Und ich hab mich jetzt auch damit abgefunden, dass, wenn ich gleich am Anfang irgendwas wegreiße, dann denk ich mir immer so, okay, deine Zeit wird noch kommen, vielleicht bist du irgendwann der Letzte und da musst du alles geben. Scheiße, jetzt hätte ich doch wechseln können. Hab's natürlich nicht. Weil ich davon ausgegangen bin, dass ich auf jeden Fall noch ein anderes Schiff sehe. Schlachtschiff. Und ich mach das so, dass jetzt, äh, jetzt wird gewechselt hier. Gar nichts getroffen. Ha! Gar nichts getroffen. Ich mach nur Schitte hier. Nach der Zeit ist natürlich auch bestialisch. So, jetzt aber jetzt... Ist ein kleiner Brand oder irgendwas in der Richtung... Ich mein, der ist ja noch ziemlich nah. Ich hoffe, ich mach einen Kill hier, ey. Schon zwei Runden hintereinander ohne Kill. Kommt natürlich auch mal vor, aber... ein Ausfall. Einen vergangenen Ausfall. Einen vergangenen Ausfall. Ja, man muss natürlich gut abschätzen können. So fertig, wie der jetzt schon ist. Also, ob ich bis da überhaupt noch irgendwie... Bis der weg ist, überhaupt noch einmal ordentlich aufbemmern kann. War mir jetzt zu bezweifeln. Weil die Ausfall wäre gleich weg. Scheiße, das ist aber sowas von knapp. So, dann darf ich gleich die Munition wechseln. Nach der Salve jetzt. Stopp! Paule Paul. Ein sehr innovativer Name. Den hat es wahrscheinlich so noch keiner gehabt. So, da haben wir den anderen. Was auch immer sie sagte, ich kann es vermuten. Ungefähr hier wird wohl... Sollte zumindest sein. Ein Trefferreichweite. Er fährt ja auch nicht schneller als ich. Okay, ein und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da sind wir. Jetzt dreht er leicht. Das wird echt knüfflich. Weil auch der ist gleich wieder weg. Ich glaube, ich werde gar nicht zu kommen. Um hier nochmal ein Treffer zu landen. Das wird nichts. Scheiße. Gut, jetzt haben wir noch einen Kaiser da. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen was vorhanden. Man hat also... Ich werde noch die Möglichkeit haben, Abschlüsse zu machen. Das wird jetzt aber auch schon gut weg. Ähm... Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Obwohl ich doch nicht mehr schießen jetzt hier. Ne. Das ist das nicht so gut. Ich gehe jetzt mal an. Na, wie sie sagt. Vielleicht aber ich habe ja noch nicht mehr die Möglichkeit. Das kann natürlich auch passieren. Ich kann es ja vor allem, ich bin ja kein Hellseher. Ok, wir sind noch mit einem Schiff im Vorteil Und immerhin ist der Flugzeugträger weg, das ist auch sehr gut Arribobo, sterbenstod Die geben sich ein bisschen mehr Mühe als hier, Paul, Paul Es gibt Wurst Oh, ich fang mal rüber Ob das was wird Ein Treffer tatsächlich, eigentlich ein Glückstreffer, das war ja auch eher Zufall Da ist ein Kaiser neben mir Aus, Mann Ups Also bisher alles ziemlich unspektakulär, aber jetzt, jetzt glaube ich, wird es gleich was Jetzt guckt der Typ da Auch relativ nah Oh ja Ich denke nicht, dass ich den noch, äh, dass ich den wegschießen würde Dann muss ich schon wirklich ein, zwei Krits auf jeden Fall reinhauen Oder häufiger schießen als er Und ich bezweifle, dass dies passieren wird Immerhin drei Treffer Scheiße Der war zum Beispiel ein bisschen heftiger Und ich brauch eigentlich diesen verkackten Hauptturm Gut, da ich eh noch nicht nachgeladen hab, muss ich jetzt erstmal Wurst Wie lange ich die Svetlana dahinter wegfeuern Die Sau Boah, jetzt wird es gleich nochmal richtig heftig hier Ich kann mit Fug und Recht behaupten, das sieht nicht gut aus Und ich werde eben auch nicht wirklich wegfahren können Denn er ist eigentlich, er ist genauso schnell wie ich Okay, das waren fünf schöne Treffer Vielleicht jetzt nochmal einen Ne Das ist so, das ist so scheiße gerade hier Ich würde ja sagen, das ist irgendwie Das ist das Ding Okay, der ist weg Scheiße, das ist ein Insel Echt jetzt? Oh mein Gott Oh, was ist denn hier los? Oh Fuck Okay, die haben mich gesehen Alter Schwede Oh mein Gott Und das Nachladen dauert 80 Jahre Fuck Und ich kann ja nicht stehen bleiben hier Und werden wir schießen können Und jetzt sind sie schon hier auf Arschleckreichweite Nein, wird gleich weg sein Scheiße, Mann Oh, ein Zerstörer ist hier noch Und uns Bitte rette mich Das ärgert mich natürlich jetzt, dass ich den anderen nicht weggehämmert habe Alter, was ist hier los, Mann Und ich brenne hier so vor mich hin Und die hat er versenkt Ich sag dir, am Ende wird es wahrscheinlich nochmal richtig heftig Scheiße, das ist noch eine Kuma Und gleich kommen noch die Aua Nein, 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 oh mein Gott Kommt hier nochmal was? Ich glaub, ich sag jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen Und ihr lasst ein Abo, tut euch nicht weh Wollt ihr mir helfen Da kommt Torpedo so, nein Oh, schaff ich's nochmal, schaff ich's nochmal Komm, 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 komm Gut, viel Spaß beim Zocken Bis demnächst Was für eine Runde Also, ja Ciao, ciao, ne